Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond und mein Problem ist, dass ich heute nur Probleme habe. So, fangen wir erstmal mit den offensichtlichsten an. Wir sind auf einer neuen Karte in Beyond, weil die alte Karte ja leider kaputt gegangen ist. Ich hatte ja einen Server bei Nitrado und ja, den hatte ich nicht verlängert und ja, ähm, durch meine Internet-Kontik leider die Karte nicht runterladen. War ich echt gefrustet? Äh, hab ich die jetzt? Zitrone? Nö, hab ich nicht. Warum hab ich die nicht? Jetzt wird's dunkel, das gefällt mir ja nun ja nicht. So, dafür bestraf ich dich. So, so, ja, stopp. Ja, die Karte hab ich dann nicht mehr runterbekommen, weil mein Internet ja zur Zeit echt Schrott ist. Eigentlich wollte ich heute auch Livestream, aber kann ich auch nicht, weil mein Internet schon wieder spackt und dann bringt das nichts zu streamen, weil das hakelt denn nur. Das bringt dann gar nichts. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich jetzt ein bisschen auf. Das Problem ist natürlich, dass die Karte gefehlt hat und da ich trotzdem echt Bock hatte auf das Spiel, auf Beyond. Und wir hatten ja im Grunde schon unsere Mühlen gebaut und sowas alles. Ja, die sind jetzt natürlich alle weg. Mann, was baut der denn hier? Wir haben spät. Ich wollte jetzt nicht von Monstern zerfleischt werden. So, kurz mal Konzentration hier. Oh, jetzt baue ich mich hier kurz ein. Ja, und das zweite Problem war natürlich, dass auch noch, dass ich jetzt aufgenommen habe und das Mikrofon vergessen habe anzumachen. Ist das nicht super? Also heute geht alles schief. Ist genau so, wie es sein muss, wenn man aufnimmt. So, machen wir mal kurz zu. Dann machen wir mal hier mal eine Fackel an. So, Kohle hatte ich schon gefunden. Ihr seht, ich habe schon einiges gefunden. Warum? Weil ich natürlich schon mal gespielt habe und, ja, wie schon gesagt, es ging denn nicht. Ich habe das Mikrofon vergessen und das habe ich jetzt gerade erst gesehen, weil ich es auf Deutsch wieder umgestellt habe, weil ich mir einen Rucksack bauen wollte. Ja, komm, machen wir erstmal. Sehen wir eigentlich, wann Tachki ist? Ja, wahrscheinlich. Da unten, genau. Irgendwie war doch was. Hm. So, gucken wir mal, wie wir einen Rucksack bauen. Aber ich glaube, wir brauchen noch Schnüre, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich gerade erst angefangen. Waren jetzt zehn Minuten, die ihr nicht miterlebt habt. Ich habe ein paar Kühe getötet, habe mir schon mal eine Werkbank gemacht und Steinwerkzeug. Dabei habe ich Kohle gefunden. Hier hatte ich ein paar Büsche gefunden. Die habe ich mitgenommen, weil wir die auf der anderen Karte ja so am Haus hochwachsen lassen haben. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Dachte, ich nehme ich gleich mal mit. Ein bisschen Kaffee haben wir schon gefunden. Finde ich auch ganz gut. Und hier diese Seeds für dieses rosa Holz. Finde ich auch irgendwie cool, weil wir daraus rosa Möbel bauen können. Irgendwie mal ein bisschen Abwechslung. Deswegen habe ich mir die Seeds noch mitgenommen. Wie ihr seht, wir haben kaum noch Platz. Was heißt, wir bräuchten einen Rucksack, aber wir haben natürlich noch keine Fäden. Also werden wir den noch nicht bauen können, wa? Ne. Gut auch. Eine Bienentruhe werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Apothekerrucksack? Okay. Aber gab es nicht noch einen ganz normalen Rucksack irgendwie? Hm. Mir war so, als ob man auch einen ganz normalen Rucksack hier machen konnte. Ich hatte doch auch einen. Wie heißen die denn? So. Ne, Hex ist draußen. Na klar. Wenn schon scheiße, denn richtig scheiße. Wahrscheinlich sprengt die jetzt gleich mein Haus noch in die Luft. Ein Creeper und die kommt dann drin und macht mal tot. Das wäre so der richtige Anfang heute. So, aber wir hatten doch diese anderen Rucksäcke. Richtig doch. Jetzt lacht die mir die ganze Zeit den Rücken. Finde ich ja auch geil. So, wir müssen doch mal kurz gucken, wo waren denn die Rucksäcke. Ich weiß nicht, wie die hießen. Oder heißen die hier auch Backpack trotzdem? Weil wir hatten diesen ganz normalen Leder Rucksack. Und wenn ich mich recht erinnere, war das Leder und Schnüren. Aber es kann auch sein, dass das Leder gegerbt sein musste. Ach, wäre das schön, wenn man jetzt im Stream wäre und man Hilfe bekommen würde. Jetzt zurück noch ein Blob. Sehr schön. Bin ich schon dreimal vorbei wahrscheinlich, wa? Da sind die anderen. Oranger Rucksack. Aber nee, das waren doch diese anderen. Das waren doch so ein richtiger Rucksack, den wir hatten, oder? Ich bin mir sicher. Alt? Nein. Weiß natürlich auch nicht, von welchen Dings hier das war, von welcher Mod. Und natürlich weiß ich auch nicht den Namen. Ist das nicht gut? Aber ich weiß, dass wir sowas hatten. Wir haben ja schon lange Beyond gespielt. Haben ja schon mehrere Stunden in dem Spiel verharrt. Die Tür sieht ja cool aus. Gefällt mir. Ah, was war da? Basisbackpack. Wolle. Aber der? Gut, Wolle sollten wir ja bekommen nochmal. Und eine Kiste kriegen wir ja auch schnell mal gemacht. Das dürfte ja nicht das Problem sein. Aber ich war der Meinung, wir hatten einen ganz anderen Rucksack. Aber Wolle, das kriegen wir ja hin. So, was haben wir? Hier haben wir irgendwelche Genforschung. Keine Ahnung. Das war wieder so ein anderer Rucksack, wa? Werkarbeiter-Rucksack. Was sind denn das alle für Rucksäcke? Muss man sich echt mehr beschäftigen mit Beyond. Und was war da? Ne, das war auch nichts. Irgendwas mit einer Bienenkiste. Die brauchen wir nicht. Vielleicht können wir da mit Bienen jagen oder so. Imker-Rucksack. Brauche ich für jede Sache hier einen unterschiedlichen Rucksack oder was? So, ich nehme übrigens hintereinander weg auf und teile am Ende die Folgen. Das ist für mich erstmal leichter, da ich hintereinander weg aufnehmen kann. Und ich kann... Oh, das sieht auch interessant aus. Wie viele Slots hat der? Steht gar nicht da. Schade. Ja, und da ich sowieso so wenig Zeit habe, ist das dann besser für mich, als wenn ich jetzt jede Folge einzeln schneide. Immer hier auf die Uhr gucke und dann sind es wieder 5 Minuten länger und da nochmal 10 Minuten länger. Und so kann ich das dann alle 15 Minuten teilen und wir haben im Grunde... Also ich habe weniger Arbeit und ihr habt Folgen, die eigentlich eine vernünftige Länge haben. Ihr könnt ja auch sagen, wie lang die Folgen sein sollen, wenn er sagt 20 Minuten, dann mache ich beim nächsten Mal 20 Minuten. Wenn er sagt, das wäre die richtige Länge dafür. Schön. Wir müssen unbedingt auch mal was hier mit Dekokraft machen. Ich finde die Sachen schon schön, dass die es da gibt. Aber ich würde im Grunde interessieren, wo mein Rucksack ist, den wir damals hatten. Und dieser Blob ist ja voll nervig. Das ist so ein Bitbeutel. Können wir da Geld drinnen sammeln? Hier sind jetzt nur noch die Steine, aber hier wird kein Rucksack kommen. Ach, ist ja blöd. Ich weiß doch aber, dass wir einen Lederrucksack hatten. Halt, was war da? Ein Gesicht. Ich mache mir ein Gesicht. Das wäre doch ein schöner Anfang. Ja, ist natürlich blöd, dass wir jetzt genau zum Anfang der Staffel in der Nacht hängen. Dass wir jetzt gerade gar nichts machen können, sondern eigentlich hier nur abwarten, dass es Tag wird. Ich habe weder eine Rüstung, ich habe ein Steinschwert und naja, das werde ich nicht lange überleben. Warum? Machen wir mein Handy leiser. Ist ja eine Aufnahme, voll doof. Heute passt alles. Heute ist ein guter Tag. Karte weg. Stream läuft nicht. Und in der Aufnahme klingelt noch das Telefon. Genau so muss es sein. Was bessere, die gibt es ja nicht. Oh, da ist ein Zombie. Ah, die Hexe ist weg, wa? Was haben wir denn hier? Waterpette, okay. Sieht auch irgendwie schön aus. Gut, es gibt nicht den Rucksack, den ich haben will. Da haben wir nochmal Fleisch. Das ist sehr schön, aber nicht das. Hm. Das ist das Backpack. Dann machen wir doch den. Brauchen wir nur Wolle und eine Kiste, könnten wir uns eigentlich schnell mal machen. Noch haben wir ja Zeit. So. Reicht auch genau hier unser rosa Zeug. Kriegen wir auch eine Truhe, wunderbar. Ich hoffe, das ist die richtige, weil irgendwas war, ist wahrscheinlich die falsche Truhe, ne? Ne, Truhe, okay. So, es ist Day. Das heißt, wir können mal rausgehen. Können wir uns hier gleich mal so einen Block mitnehmen? Können wir ja gut gebrauchen, diesen Schleim, ne? Oh Mann, mein Schwert ist aber auch echt nicht das Beste. So, weg, 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 hier. Stürb, 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 stürb. Gleich noch eine Kampfszene hier. Yay. Und das Beste wäre doch, wenn ich jetzt noch sterben würde, gleich mal. Und hopps, da. Aber der ist ja süß. Komm, den nehmen wir mit. Hast du wenigstens noch für mich? So, das Reis nehmen wir auch mit. Den hatten wir ja schön angebaut. Den möchte ich auch wieder anbauen. Aber man hat daraus ja schön Reisbrot machen konnte. So, das Häuschen lasse ich da einfach erst mal stehen. Dann suchen wir mal Schafe. Oh, hier sind noch Punkte. Meine Punkte, alles meine Punkte. Die nehmen wir noch mit. Da kommt jetzt ganz viel Wasser, ne? Wollte ja jetzt nicht gleich eine Bootsreise machen. Da ist die Hexe, dann gehen wir da. Doch, wir gehen mal hier ins Wasser. Schwimmen wir halt mal kurz. Hauptsache weg von der Hexe. Weil so geübter Kämpfer bin ich hier nicht. Das war das Überleben. Gut, die ist weg. Ja, und dann hatten sich ja einige von euch Bad Wars gewünscht. Oder was war das andere? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch PvP-Spiel. Aber in Minecraft bin ich echt kein PvP-Spieler. Krieg nie hin. Ich würde wahrscheinlich permanent sterben. Und ich denke mal, da hat keiner was von. Ach komm, bleib doch mal stehen. Warum rennen die denn immer weg, ey? Mag wir nicht. So, kriegst du was auf den Hintern. So. Weil du weggerannt bist. Wo auch. Gut, ich hab mal. Aber du hast mir gerade keinen Fläschchen. Das finde ich nicht gut. Hm. Okay. Also kriegen können wir schon mal. Das ist schön. Ja gut, wir nehmen jetzt nicht jede Kuh mit. Ähm. Hilfe. Was ist das denn? Okay, das scheint der Baum zu sein. Dass man da nie durchkommt. Hier haben wir wieder Koffie, wa? Nehmen wir auch mit. Auch wenn ich nicht verstehe, warum man die nicht aufmachen kann. Sondern, dass man die zerschlagen muss. Krieg ja nicht so prickelnd, muss ich sagen. So, auf jeden Fall werden wir uns jetzt hier irgendwo einen Plätzchen... Ups, ich saub schon wieder ab, weil meine Tastatur nicht funktioniert. Heute kommt noch dazu. Gestern ist meine Tastatur auch noch kaputt gegangen. Habe ich mich echt gefreut. Was ist das denn für ein Stein? Mischiger Stein? Irgendwie sieht der Kuh aus. Wir müssen unbedingt was essen machen. Können wir da draußen einen Ofen machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Auch so ein Bruchstein geht es wahrscheinlich nicht. Von denen haben wir natürlich genau ihn zu wissen. Wir brauchen irgendwie... Richtigen Stein, damit wir uns mal einen Ofen machen können. Damit wir wenigstens erstmal ein bisschen Fleisch uns reinzumachen können.